Moin Moin Leute und willkommen zum nächsten Ligaspiel VfB Stuttgart gegen Lautern, ja auf jeden Fall zwei gute Mannschaften und ja Stuttgart hätte ja in BeLive Europäer spielen können aber ja auf jeden Fall müssen wir auf Silas aufpassen allgemein Stuttgart hat einen starken Kader also genau aufpassen stark aufgepasst es können wir vielleicht unser Spiel hier aufziehen da ist die Chance aber aufseits aber Kogel wäre auch zur Stelle gewesen da war erstmal die tolle gute erste tolle Chance von uns da können wir aufpassen oh schade und der ist weg viel besser müssen wir spielen hier ah ok ah jetzt fängt es an alter ausgerechnet jetzt fängt es komplett an zu ruckeln und ich kann echt nicht mehr verteidigen hier fängt oh schweiz wegen diesen Ruckler ja alter schwede aufpassen stark aaaaaaah schade SESA da ist das 1 zu 0 1 zu vfb aieieieiei Silas machts wer sonst natürlich ne das ist nicht gut vielleicht wird das unsere erste Niederlage hier hier gegen den erstligisten kann man auf jeden fall verkraften so ist es nicht ne wir spielen es bloß nicht so gut hier das merke ich da war durch rückraum da ist furcht euch nochmal jungs kommt zum ballern zum ball zum ball ey wegen den lag hat es auf jeden fall nicht mehr geklappt man starke aufgepasst jetzt aber auch vielleicht mal flanke kommt die kommt durch was ist das denn ich habe noch nicht mal gepasst das war ein schuss und wieder spielt es scheiße aus ey man ich ärgere mich hier selber gerade was ich hier für Müll zusammenspiel und dann wieder so ein Müllpass ey ja und der kommt durch er ist ruhig ach Sparch Junge danke man pfff stark man raus den Ball da oh mein Gott jetzt kommt sie gut Sparch prügelt den Ball raus da ich habe nicht so wirklich Zugriff wenigstens wenn wir uns den Feuchtos ab ich muss eigentlich nur so wirklich Zugriff auf dem Tor haben genau jetzt genau jetzt und das war die Chance man aber guck mal der Kurbel ist zu stelle er kommt ganz gut rein und jetzt kommen wir langsam hier jetzt kommen wir langsam hier im Pfad ey da ist die oh das kann nicht wahr sein das kann echt nicht angehen ey jetzt aber komm der Schuss kommt nicht so langsam kommen wir rein hier in die Partie und da ist das 2-0 ey man ey toll ey das führt höchstisch eigentlich die erste Niederlage wir haben grad den Flur so gut gefunden dann gehts so los Leute wir sind in seiner zweiten Halbzeit wieder durch starten wir rein jetzt muss was kommen von uns ey komm jetzt müssen wir viel aggressiver reingehen ey das kann nicht angehen dass wir jetzt hier gegen Stuttgart verlieren sollten ey und da ist er durch und jetzt kommt die Flanke jetzt bin ich durch vielleicht ja jetzt mal da ist die Chance man noch mal aus dem spitzen Winkel Mann jetzt aber komm da ist es doch ja 2-1 Junge Zimmer Junge komm weiter so jetzt sind wir wieder da weiter in Konzentration hier das Tor war so wichtig Ecke 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 den nehm ich auf jeden Fall mit Ecke kommt gut Ecke kommt gut aber Kugel ist auch da ungefährlich und deswegen komm jetzt haben wir ihn langsam da komm da komm ich nicht ran auf wer ist da jetzt müssen wir auffassen komm vorall ich schweig schon komm jetzt geht's schlag auf schlag hier oh ne oh ne ey Stark, 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 das ist dann wieder nicht so gut und dann macht er fast den Fehler, aber kaum. Da ist tatsächlich die Lücke, die wir gefunden haben, die Zeit läuft gegen und das ist nicht gut. Nein, Mann, nein, Alter. 3-1, ey, das kann nicht wahr sein. Das wird die Niederlage, das wird. Ach Mann, das kann nicht wahr sein. Oder? Nee, oder? Oder? 3-2 nur noch. Ilya's Hut. Wir kommen hier Tatsache nochmal zurück. Damit hätte ich auf jeden Fall nicht mehr gerechnet, dass wir guten ein, den zieht er den Ball ab und damit wieder. Nein. Nein, warum schieß ich weg? Das ist so unnötig, das ist so unnötig. So ein unnötiger Ballverlust. Oh, dauert. Nein, nein, nein. Komm. Nach vorne jetzt hier. Nach vorne jetzt hier. Nach vorne jetzt hier den Ball. Nach vorne. Aber nicht so. Oh, Stark. Komm. Ey, das kann nicht wahr sein, ey. Nee, da ist die Flanke, das ist... Komm. Alles oder nix jetzt. Komm. Alles oder nix jetzt. Komm. Nein, das war's Leute. Und wir verlieren. Und wir sehen uns in unserem nächsten, ja, nächsten Spieltag wieder. Bis dann.